Hallo! Hallo! Na? Hallo! Ach Mensch! Der will direkt in PvP rein! Aua! Stopp! Stopp! Ich hab noch Pommes in der Hand! Ich hab Pommes in der Hand! Ich hab Pommes in der Hand! Stopp! Boah der wird so weggekommen! Nein bitte! Stopp! Ich hab doch nichts damit zu tun! Stopp! 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 Mann! Oh der trinkt! Oh der trinkt! Leertaste drücken um zu schwimmen nach oben! Ich weiß doch nicht! Wenn du stirbst! Wenn du stirbst! Leertaste! Leertaste! Gedrückt halten! Mann, ich hab Pommes in der Hand! Ist mir egal was du mit der Hand hast! Guck mal wer da kommt! Guck mal wer da kommt! Ist das geil ey! Hände waschen! Moment Jungs! Hallo! Wo seid ihr? Da! Das ist unser Name Kollege! Wir wollten ja jetzt kalte Faser fallen lassen! Aua! Warte! Alter! Guck mal her! Du hast mir Aua! Ey! Mach mir doch! Ey! Wichtig und richtig! Boost mich mal! Boost mich mal! Nein! Aua! Aua! Mann! Das ist doch keine... Wird so reingekrittet! Alter! Alter! Ich dachte so wie es ist! Konsti ist war geil! Ja! Let's go! Oh! Anderthalb Herzen! Die wollen wir nicht sterben! Null Tode bitte! Ah! Was mach ich? Oh! Was mach ich? Ja also wollen wir am Spawn stehen bleiben oder nicht? Ich bin nicht mehr am Spawn runtergefallen! Auf gar einen Fall! Auf gar keinen Fall beim Birch Tree! Was machen wir? Ah! Hier grunzt was! Wir müssen halt gucken wegen dem Spawnorten genauer! Ah! Was? Ja wir gehen glaube ich mal ein Stückchen also... Ah! Da ist ein Creeper! Ich hab Bock auf so einen Birch Forest! Hier sind Creeper! Hier sind Creeper! Oh! Die rennen hinter mir her! Vielleicht nicht ohne irgendwas in die Hülle rennen, Tim? Ja ich bin runtergefallen! So Freunde! Ihr müsst mich jetzt noch ein bisschen aufklären hier ne? Also ich bin jetzt nicht... Ich bin jetzt kein... Fortnite... Äh Minecraft Pro! Das war Fortnite Digger! Was? Der Birch Forest ist so fucking riesig, Alter! Ist das scheiße! Erstmal baust du jetzt Holz ab, Tim! Das ist das erste was du machst! Ich baue Holz ab! Ich gehe prinzipiell nur Richtung Westen gerade die ganze Zeit! Dann kommen wir gleich auch mal! Ja! Ich brate hier erstmal was, Alter! Oh! Ich fühl mich schon wie ein Minecraft Pro! Weiß ich ja nicht! Mhm! Ich fühl mich richtig gut! Das ist unser einziger, der sich so fühlt, glaube ich! Ich hab jetzt vier Holz, Niklas! Ja! Mach dir mal... Ja! Mach dir mal Holz! Eine Werkbank! Aber er muss ja erstmal Planks machen! Ja! Genau! Aber er soll ja so rausfinden wie er das machen muss! Achso! Wo muss ich drauf drücken? Du musst erstmal dein Inventar öffnen mit E! Mit E? Okay! Ja, hab ich! Ja, hab ich! Hab ich gemacht! Ah, super! Ja, 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 ja! Hab ich gemacht! Und jetzt steht da oben rechts dieses Handwerkfeld! Ja! Ja! Oder du kannst mal auf das grüne Buch tippen, was da drunter ist! Äh... Alter! Du hast doch richtige Dinger! Ja, ja, ja! Ja! Hab ich! Ja, genau! Und jetzt gehst du auf das, was du craften möchtest und möchtest diese Planten craften! Was? Möchtest Birkenholzbretter herstellen! So! Ah! Da auf Birkenholzbretter! So! Ja, richtig! Ja, ja, ja! Genau! So! Und dann kannst du das da aus diesem Feld rechts rausziehen! Boah! Und jetzt kannst du dir daraus wieder weitere Sachen machen! Und du möchtest jetzt, äh... Crafting Table machen! Ich... Ne Werkbank! Ja! Hab ich gemacht! Super! Und so musst du das halt die ganze Zeit dann machen! Muss ja immer gucken, was du brauchst! Und was, wenn ich ne Axt möchte? Da musst du... Die meisten Sachen gehen nur an dem Crafting Table! Da musst du den hin platzieren! Mach da mal Rechtsklick drauf! Ja! So! Und dann kannst du... Kannst du gucken, naja, das hast du gebrobt! Ich hab... So! Ne! So! Ah! Ja! Okay! Ne! Hä? Wie mach ich den auf? Ja! Rechtsklick! Ach so! Rechtsklick! Ja! Okay! So! Jetzt musst du dir für ne... Ich fühl mich so verloren! Selber Schuld, wenn man noch nie Minecraft gespielt hatte! Ja! Ich hatte halt... Barbies! Keine Geteins! Richtig! Jetzt... Jetzt... Erstmal zwei Stöcker craften! Kann ich nicht! Dann musst du dir wieder Holzplanken machen, wenn du das nicht kannst! Eichenholzbretter brauch ich! Ne, brauchst du nicht! Brauchst nur Birkenholzbretter, egal welches! Da steht Stock! Ja! Ich geh drauf, steht Eichenholzbretter! Ja, mach dir doch erstmal Birkenholzbretter wieder! Ah Birken! Du hast ja noch drei Holzsteller! Ah! Ich brauche ja die hier! Zack! Ja! Hab ich natürlich gemacht! Ist ja ganz klar! So! Hab vier Stöcker! Aha! So! Und jetzt wird ja auch alles weiter angezeigt! Und nach dem musst du dann halt immer gehen! Was brauche ich? Ah! Okay! Ich brauche hier von zwei! Zack! So viel nicht! Warte mal! Warte stopp! Nehme ich die alle hier! So! Zack! Zwei! Zack! Zack! Und dann diese, 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 diese Eumels hier! Okay! Weiß ich was! Ja! Ja! Ist natürlich nicht schwer! Ist super! Alles klar! Also ich bescheid! Eichenholzbretter! Eichhä! Eichenholzbretter! 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 Im Birkenholzbretter, brauchst kein Eichenholz! Jetzt bist du gerade wieder in deinem Inventar. Ja, natürlich, natürlich. So eine Holzhacke, so, ich habe jetzt eine Holzhacke. Wie nehme ich die Werkbank wieder mit? Ich brauche, Mann, ich bin gleich tot. Der ist fast tot. Ah, jetzt habe ich die. Wo ist die Werkbank? Oh, halbes Herz. Ah, ja, guck. Ja, ja, ja. Aber mich, wow. Nee, Zombie auch. Ah, ja, die sind hart. Eigentlich war das Ziel, keinmal zu sterben. Wie sagst du? Ja. Habt ihr schon mal super hingekriegt? Oh, ich bin Fallschaden. Ich habe jetzt nur noch ein Herz. Na, doof. Oh, Junge. Wie kann man sich so, wie kann man sich ein bisschen healen suchen und Dinge? Essen. Geile Scheiße. Oh, hier ist eine Spinne. Oh, nicht cool, nicht cool, nicht cool. Ja, komm, wir gehen mal. Ach du Scheiße, hier sind Slender, hier sind Endermans oder wie die Typen heißen. Slendermans. Slendermans. Ich bin der Slendermans. Hier sind zwei, hier sind zwei, hier sind zwei. Die machen nix. Die machen nix. Die machen nix. Die machen nöchte. What? Was denn jetzt passiert jetzt? Schade. Was war es dann mit den Nulltoden? Das zählt aber jetzt einfach mal nicht, sage ich. Was denn, dass du gestorben bist? Ja. Hepp, hepp. Ja, ist doch kein Problem. Der war gar nicht gesehen. Ich stehe auf einmal hinter mir. Tipp, falsch, da läuft ja richtig hier. Ach, habe ich jetzt alles verloren. Nicht in die Augen gucken. Ah, Bruno, guck mal, das sind Tipps, die ich brauche. Habe ich dir zwar auch gesagt, aber alles gut. Hahaha. Wann? Hast du nicht? Ja, doch. Nee. Nee, er stellt gleich zum zweiten Mal. Was ist denn hier los? Ja, auch mal so spielen wie ich. Dann stimmt man nur einmal. Wahrscheinlich mal zählt nicht wegen euch. Modline, wo bist du? Ähm, ich bin an der Höhe, Leute. Ja, die Koordinaten bitte. Ähm. Wo sehe ich denn die Koordinaten? Minus 310, 2769. Ach mein, ihr seid Wichser. Ah! Jungs, hilf ich. Er ist gleich schon wieder tot. Ich kenne das Spiel doch nicht! So, zack. Zack. Ja, der Zombie killt aber das Skelett. Wie schön. So, kein Problem. So war das. Jetzt können wir ein bisschen weiterdriveln. Au! Mann, der hat Fein und Bogen. Der Pisser. Ich komme hoch jetzt. Hilfe! Der feilt mich. Ich bin halt so kriselt. Mann, ich will doch nur einmal Ruhe craften. Verpisst euch doch. So ein Crafter, Decker. Mann, ich will doch... Och, Mann, ey. Oh, hier ist eine Schlucht, ja. Guck mal, wer hier steht. Guck mal, wer hier steht. Niklas! Oh, sorry! Oh, sorry! Nein, aber! Stopp! Stopp! Ich hab doch grad was gegessen, Mann! So, Männer, Mann! Was essen jetzt? Lass mal weiter, oder? Ach, ey! Du brauchst so in die Richtung dahinten, so in... Was ist das? Nein, nein! Aua! Aua! Tim wird sich so weit weglaufen. Ihr schaut das, ne? Ich laufe weiter Richtung Westen, naja. Ja, ja, mach mal. Ich hänge hier am Busch, so. Ah! Mann, ey! Ich hab mir das Schrockenab Inventar aufgemacht. Jetzt kommt hier erstmal ein dicker Dschungel, da wird Tim sich sowas von verieren. Nein, hä? Ist das immer gleich? Was denn? Nix, nix, alles gut. Hat sich hier nicht. Vielleicht findet Tim gleich auch ein Panda. Ein Panda? No. Gibt's hier auch Koalas? Ne, ne. Schade. Ein Panda? Hier ist ein Schaf, ich will das Schaf röten. Komm her! Gib mir deinen dicken Arsch! Gib mir deinen dicken Arsch! Gib mir deinen dicken Arsch! Deadlands Biom? ins Kronen? Och, ich hab ein Schaf getötet. Glückwunsch! Äh... Hä? Was ist das denn? Hallo Freunde! Nee! Gibt's ja nicht. Na, wie geht's euch? Ja gut oder selber? Äh, schlecht. Ey, ist jetzt besser. Alter, ich bin verloren, glaub ich. ja man muss meinen namen noch wieder um ändern in was in lord günther ja auch günther war um krassen jauche clan aufkomme ja dann kann man replay oder so macht ja replay genau vom themen hallo hallo ja ich weiß gar nicht dass ich mir abwesen gerade ich hab mich gemütet aus versehen ja ja hast du was hast du für eine spitzhacke hast du eine spitzhacke wie mehr oder weniger du hast einen stick in der hand oder was hast du in der hand du hast eine hacke in der hand ja aber keine spitzhacke hier nimm bitte das hinter mir jetzt ich gebe gas guter hier schmeiße ich dir auch hinterher immer wenn es dunkel ist brauchst du eine fackel an der wand alles klar mache ich meister und dann erst mal ein bisschen runter melde zwischendurch einmal wenn du bei null bist was heißt das höhe 0 wenn f3 drückt ach so ja okay ist alles klar und dann die zweite koordinator das ist neu die muss neu sein auch die gäbe es kommt noch mein bedlands alter ist der lasch case also wenn du eisen oder so findest dann komme ich das abholen und schon mal hier fand ich aber runter nein auch dicker das ist richtig scheiße in der klasse kommt ja noch mal bad land da ja was wir alles hier ist alles baue dich ein bau dich ein wie war achso ich also mir war war nein ich war mal ganz saschen von dschungelbaumhaus ja hoffentlich gibt es nicht bin ich bin da ja ich bin da ich bin das auch noch aha dann kommen wir hier hoch eben wenn da machst du weg die viecher gerettet nur mal kurz als info ich wollte nicht runterfallen ich habe heute noch gucken habe mich runtergefallen ich bin wieder da ich bin runtergefallen nein hier ist schon wieder so alles gut ich hab das alles doch was ich wo nach so zu den scheiß hier ist auch halt eher so was in so flach wo haben wir hier ja ich glaube hier ist ganz geil unsere hülle hier ist es nicht unsere hülle hier ist unsere hülle hier hier ist ein brenner hier ist ein brenner hier das hier so alleine einfach nicht leben hier ist eine biene hier reif dich nicht an solange du die nicht angreifst ja aber hier ist ein brenner feuer futsi ich weiß ja ich ein brennender feuer ist es tag ist es tag die junge hier drin aber ich bin ehrlich ich bin ich glaube ich mache ich bin drüber auch dem junge langsam langsam wird es traurig es ist der erste tag jetzt lasst mich in ruhe ja und du bist schon wie oft gestorben ich habe noch zugebaut ja 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 der amateure der klanboss guck ihn dir an und sowas ich glaube da hinten ist gut ja so kannst du auf jeden fall auf jeden fall aua 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 einfach zu unfähig der mann das ist ja auch und der mir auf den alter so lasse ich nicht mit mir reden bist so eine kleine miese rate alter weist du verreckst einem scheiß skelett obwohl 3000 mehr stunden von meinem Ja, aber nur einmal. Und du viermal. Und das lag daran, dass ich kein Essen mehr habe. Aha. Alter. Da ist er. Mein Glücksbärchi. Ich kann mir das nicht angucken, was du da veranstaltest, ehrlich. Zu Recht. Zu Recht. Warum? Ich geb mir wenigstens Mühe. Nein, du gibst dir keine Mühe. Ich versuche hier gerade mit Liebe zu spielen, weißt du, und dann kommt sowas. Mit Liebe zu spielen. Liebe zu den Monstern. So, Gunnar, was soll ich jetzt machen, deiner Meinung nach? Ja, hier runterbauen. Runterbauen. Wenn ich runterbaue, ich bin schon ganz unten. Guck mal. Ah. Nein. Nein, 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 nein. Du bist wieder in der Höhle. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Viel Erfolg. Danke. wieder runter wo haben wir eigentlich gleich auch mal zu dings hin zu lino und niklas oder nicht ja ich wollte eigentlich als eisen finden dass wenn ich wieder auf dem weg sterben tun wir nicht für die betrüft auch nicht auf dem weg sterben aber was soll dir denn entgegen kommen das ist ja nicht arg okay wo seid ihr ja es geht mir da eher um schild eigentlich auch man aber immer entdeckt einer mit danke sowohl mit dem boot das steht im chat okay ich mache ich gehe da mal rüber ne ja macht ja gar keinen stress geben gg bitte okay ich bitte darum also ich bin jetzt bei minus 4000 ich bin auch so ein riesen baum bei berg niklas ist unten da steht so eine kiss und bett ist auf dem berg schnee bin genau bei 362 niklas weiß dass er bestimmt oder alle anderen ist das bestimmt auch trifft man besser wenn man durchgedrückt hält oder nacheinander drückt wenn man jetzt ein stein oder schwein oder sonst irgendwas abschlachtet nein die doch nicht mich kann nicht durchdrücken hat gar nicht durchdrücken muss immer du musst so eine halbe sekunde warten dass du wieder schlägst das ist dieser indikator der sich auflädt und ja ja den den sehe ich aber ich dachte die ganze ok krass kann man felsch also eigentlich hat jeder nein nein ist das richtige nein 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 bitte nicht bitte nicht bitte nicht peter bitte nicht bitte nicht nicht ich sterbe ich sterbe ich sterbe nicht ich sterbe nicht ich kann ich stelle ich bin ich bin sehr schnell ich bin unser besiegbar Nimm das Schicksal einfach rein. Ich bin unbesiegbar, ich kann nicht sterben. Das geht bei mir nicht. Du läufst mit allem Herz rum, ne? Nein, nein, ich bin nicht sterbbar. Ich bin nicht sterbbar. Ich bin nicht verwundbar. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Wo muss ich denn hin? Tim steht gerade vor dem offenen Meer und fragt sich, wohin muss. Ist das eine rhetorische Frage? Ich weiß wirklich nicht, wo ich hier muss. Wenn du nicht über das Meer willst, dann musst du außen rum. Du kannst ja aber auch ein Boot bauen. Du kannst auch durchs Meer, einfach so. Da passiert nichts. Nein, du kannst schwimmen, aber es dauert sehr lange. Okay, jetzt muss ich mal... Mach mal lieber nicht, weil da sind Viecher drin und du hast nur zwei Leben. Ja, nee, ich wollte auch mir jetzt gerade ein Boot machen. Ja, wäre besser. Ich weiß nur jetzt gerade, das weiß ich tatsächlich nicht wie, aber ich find's raus. Gut, dann find du immer raus. Ich find raus. Fuck! Ja, oder auch nicht. Nein! Im Stream ist noch besser. Fuck, Tim. Alle. Hey, die ganze Zeit passe ich auf. Snack mir was rein. Mach dies, mach das. Und dann komme ich nur neben mir das Tischen, als ich in der Scheiß-Inventar war. Tsch, boom. Ach, du bist mit dem Creeper geschmeckt. Oh, mein Gott. Du musst auch noch 4.000 Blöcke in eine Richtung laufen. Ja, geil. Ich bleib mich doch am Arsch. Hab ich gefragt, wie lange sollt ihr gelaufen? Wenn ihr angekommen seid. Ja, keine Vorstunde. Ja, oder? Viertelstunde. Viertelstunde? Viertelstunde am Arsch. Bin schon eine halbe Stunde unterwegs gewesen. Nee. Aber ich hab ein Wüstendorf, da lege ich mich jetzt erstmal zur Ruhe. Bei den Mexikanern? Ist das das, wo Tim war oder was? Hast du das Dorf nicht gelootet? Äh, ja, bitte? Hast du das Dorf gelootet? Ich hab die Kühe geschlachtet. Ja. Die Frage ist ziemlich selbsterklärend. Wenn sie ein Tim bewältigt ist. Nee, Niklas. Oh nein, jetzt bin ich tot. Jetzt seh ich dem Schicksal ins Auge. Jetzt seh ich dem Schicksal ins Auge. Ich seh dem Schicksal ins Auge. Lock dich aus. Lock dich aus. Lock dich aus, Junge. Geh raus. Geh raus. Einfach Verbindung trennen, oder was? Ja, Verbindung trennen. Das Schicksal hat mir ins Auge gesehen. Du hast dem Schicksal ins Auge gesehen. So, weißt du was? Aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen, weil jetzt baue ich mir direkt von Anfang an ein Boot und komme zu euch. Wie wäre es damit? Nein, WTP in dich. Nein. Gib mir noch eine Chance. Okay, eine allerletzte Chance, wenn du es nicht schaffst. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wo seid ihr so schönes? Nein. Ich seh da was. Ich seh da was. Kommst nicht zu uns, Digga. Tim, mach dich weg von dir. Ich sag's dir. Warum? Lass mein Haus in Ruhe. Was willst du? Tisch ab. Alter, ist auch eine feste. Wie siehst du denn aus? Ich bin da. Ich bin da. Sobald Tim kommt, sind hier Zombies in meinem Haus, Alter. In deinem Haus? Das ist eine Baracke hier, das einzige Ding. Da hieß noch gar nichts. Das ist eine richtige Baracke hier. Wir sind aber da. Eisen und Stein, ne? Ein Eisen und ein Holz. Geh weg. Was denn? Übrigens, wir haben da. Aber bekommen wir gleich eh, wenn wir so ein Warp-Dings... Wie geht's dir, Philipp? Na, alles Hit? Waffen wir in Ruhe. Ja. Rechtsklick mal ein Bett, Tim. Achso, ja, ja, ja. Rechtsklick das mal. Dann hast du deinen Spawnpunkt. Äh... Rechtsklick das... Rechtsklick das Bett, ja. Hab ich? Ja, perfekt. Jetzt ist dein Spawnpunkt gesetzt. Und wenn du jetzt stirbst, wachst du da auf. Ja! Tim hat's geschafft. Hier ist ein Regenbogen. Tim musste nicht defeat werden. Für den Regenbogen. Mit eisemharten Willen habe ich das hier durchgezogen. Dust nicht. Dust nicht... Vielen Dank.